und eine brücke bauen weil ich will ja weiter geradeaus kostet es was es wolle so dann probieren wir mal unser glück ich weiß nicht wie tief das jetzt ist aber jetzt probieren wir mal ist doch scheiße wieso kommt denn da lava her meine fresse es geht mir auf den sack hier ist auch noch so eins das mal hab ich dir dann ist doch scheiße es ist doch kacke guck mal hallo freunde wusste ich doch wo ist dies doch ob ich kann da auch nicht kaputt machen ist dort ewig jetzt heftig jetzt hier jawohl so jetzt kommt hier die behutsche spitzhacke scheiße nein 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 doch ätzend hier ist echt schwierig redstone zusammen ist gefährlich das sage ich euch schon in der sonne so machen wir dann zu mir den ganzen quatsch dazu so können wir uns drüben noch eine machen hier noch eine machen das hier geht mir auch auf den piss so jetzt geht es hier ab nächste weiter geht es vor allem voraus ich bräuchte ich so ein packer oder so ist voll geil guck mal das ist nicht dass das war nichts das war ein satz mit x meistens laber und wo resten ist meistens so nah war kein mal gucken links und rechts freunde check port es ist doch jetzt sind ich hasse dass es ist wieder laber hier ja guck mal hier ich komme ich kann hier nichts bauen keine ahnung bleib da jetzt das ist echt belastend wir sind bestimmt hier oben irgendwie unter wasser sehe ich gerade oha gefährlich 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 so jetzt haben wir es ja obere zu ich hier wieder rein kloppe das gefährlich ist hier da müsste man halt ach du scheiße ein ganzes sehe dann kann ja auch nichts werden hier keine ahnung was da oben ist ich weiß nicht eine hülle vielleicht das ist egal so werden sich bestimmt da oben tummeln und sagen oh da guck mal da ist er ja guck mal in der höhle boah ist eine riesige höhle alter das ist so krass ich muss hier echt ich weiß nicht wo ich hier baue meistens sind das immer so drei vier blöcke tief laber meistens auch mehr also netter unendlich ich glaube 50 60 blöcke so jetzt müssen wir hier noch zwei ja machen so ihr könnt ihr mal jetzt guckt euch das an wo das jetzt hier ich habe noch nie so unterirdisch so eine riesen lava säge sind echt heftig mega heftig alter guckt euch das an guckt euch das an das ist ja übel heftig vous die kann ja nicht rüber wie angst wie stärken dann hat sie gesehen wir waren denke ja 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 tot so dumm also das war es jetzt kommt ja nix, komm mal her na ey ey der ist schlau der ist schlau boah was machen die eigentlich? was machen die denn? keine ahnung ja also hier sterben einer ja genau was ist hier los alter what the fuck alter what the fuck alter wo kommt die alle her? alter alter leute was ist hier los oh alter vier zombies die sollen sterben geht, komm, alter sag mal ey ich habe noch nie so viel zombies auf einen haufen gesehen, alter was ist denn da los? alter leute da gehen ja nicht action, da sind noch einige in dieses what the fuck alter angriff beendet oder was? boah der hängt aber lange aus sag mal okay na na kann mir mal einer was sagen was hier abgeht? tot wieso kommen denn immer so viele? oh 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 die kaputt alter die kaputt ist das ein mob's ding oder was? Ah, ist das hier ein Cage oder was? Die kamen alle hier oben, ja. Keine Ahnung. Was macht er da? Steht da. Ah, deshalb. Jawohl. Oh, was? Kann ich nicht nehmen. Warte mal. Das hier. Das ist super wichtig. Okay. Boah. Das war eine Zombieschlacht, aber vom allerfeinsten. War hier oben noch irgendwas? Da ist so ein... Ist das ein Cage? Oder... Nichts hier weg, nichts hier weg, nichts hier weg. Ah, Alter, jetzt kommen sie da. Wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Kommt her, ihr... Echt ne bessere Waffe, Alter. Nächster. Oh. Oh, Alter. Heftig, 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 heftig. Es ist bestimmt oben ein Cage. Ich werd hier mal ne Mauer bauen. Warte mal. Weil das... Nicht, dass ich hier mal lang renne und ich weiß, er vergiss, dass hier attackiert wird. Was ist denn? Oh, heftig, Alter. So, jetzt kann man aber ja lang die Lü machen. Nimm mal. Oh, das auch nicht. Ja, moin. Äh. Hallo? Freunde? Hallo? Äh. So, jetzt aber. Das ist doch ätzend. Wenn ich jetzt hier weiter baue... Oha. So. Boah. Äh. Wie tief muss ich? Ich muss noch eins tief runter. Warte mal. Das mach mal. Oha. Siehst du das? Ja, ja. Also wenn du da krebst, dann hast du echt ein Problem. Ich will jetzt jetzt mal so einen Stein machen. Halt. Okay. Okay. Oh. Nein, nein, nein. Ja, nice, 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 nice. Oha. Alter. Das ist bestimmt ein... Nee. Komm, 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 komm. Scheiße. Da muss ich aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ja, so muss das sein. So muss das sein. Ja. Jetzt aber ja. Jetzt können wir da richtig Gas... Äh. Oder doch nicht. Hoppala. Nichts da, hier wird nicht weitergegangen. Okay. Dann hat sich's... Okay. Da jetzt... ...durchzusteigen, das ist... ...ein bisschen heftig. Ich und meine Symmetrigkeit. Das ist... Ich bin echt... Wird echt bekloppt noch. Alter. Heilige Scheiße, Leute. Boah. Ich würd' sagen... Machen wir mal hier auf Feierabend. Gehen wir erstmal zurück. Komm, ich mach noch ein paar Zombies platz, Alter. Misten wir das Schwert. Warte mal, gehen wir hier aus. Fucken. Wir wollen hier kommen, Alter. Gucken, ob die jetzt gekommen. Freunde. Ups. Ja. Da ist ein Mob... Da ist ein Mob-Gedings. Alles klar. Los, also. Hier. Kommt die? Nur einer. Hat sich's ausgezongert. Okay. Komm, ich so schaffe. Ja. Okay. Ich bin jetzt auch dabei. Hier. Meine Barriere. Kommt her. Hier. Klein Luis. Richtig. Äh, äh, äh. Kollege, so nicht hier. Nicht. Äh. Verliebt kein Leben? Verliebt kein Leben? Wie? Diese Immun gegen... What? Was? Ähm. Jetzt wird's uns gefährlich. Hier ist was los. Scheiße. Du hast jetzt Sente-Pause. Und jetzt wird's richtig... Jawoll. Boah. Okay, was ist das? Spieler-Kopf. Äh, Gold hab ich genug. Tschüss. Mach's gut, Freunde. Ähm. Noch irgendwo einer? Keine Ahnung. Boah. Gruselig, Alter. Gruselig. So. Wir haben ja genug gesammelt. Lass mich in Ruhe. Hier, das brauche ich nicht. Sag mal, genug. Wie viel Huston habe ich denn jetzt? Oh, das ist mittelmäßig. Okay, hier ist auch nix. Hier ist auch nix mehr. Oh, da ist noch ein Cage. Guck mal, guck mal, guck mal. Aua. Aua. Oh, 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 oh. Du musst dick rum. Tschüss. Ey. Zweier, oder was? Daneben. Daneben. Komm her. Komm, lass antanzen. Komm her. Oh, Zweier. Ja. Ich mach dich kalt. Nächster. Uah. Ey, Junge. Tschüss. Hab ich dir nicht. Tschüss. Jetzt muss ich nochmal gucken. Cage. Hier komme ich. Aua. Boah, Junge. Bei dir klappert es wohl. Ey. Ey, ey, ey. What the fuck? Waaaaa. Na. Was für ein Pesser. Wo war das jetzt? Oh, nein. Shit. Nein. Das kann doch nicht sein, Alter. Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Ich hätte zurücklaufen sollen. Ich hätte zurücklaufen sollen. Ich habe eine Gesundheit nicht geachtet. Jetzt hier rein. Oder war das die andere Richtung? Ne. Ja, ich glaube hier. Hier. Oh, mein ganzes Redstone. Und dann hier rein. Ähm. Alter. Ich muss mir echt langsam Schilder hier machen. Verlaufe ich mich irgendwann noch meiner eigenen Mine. Halt. Hier war es doch. Oder? Ne. Hier. So. Zack, 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 zack. Boah. 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 So, ihr Luis. Muss ich mich irgendwie kaputt machen? Okay. Jetzt habe ich das übelige Level verloren. Weil du schuld bist. Mein. Gut's da. Komm her, ihr Klein. Jetzt habe ich einen Eimer. Ups. Äh. Ja. Komm her. Du trägst schon. Vieh. Alter. Ey. Bleib. Hier. Stehen. Aua. What. Was ist das? What. Was ist denn das für ein Vieh? Alter. What. What like a meal? What the fuck? Was war das? Was war das? What? Alter. Was war denn das? Bitte. Ey. Das muss ich mir jetzt angucken. Game. Was war denn das für ein Vieh, Alter? Das habe ich auch noch nie gesehen in Minecraft. What the fuck? Da wurde auf einmal alles dunkel. Ey, was ist denn das bitte? Wow, das ist mal ein harter Gegner. Alter, übel überpowert. Der hat ja richtig reingehauen. Da läuft ja auf einmal alles so bunt und so, 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 so. Jetzt werde ich mal... Heftig. Heftig, heftig, heftig. Anwärts mal. Okay. Boah. Jetzt will ich das wissen. Ähm... Was ist das für ein Vieh gewesen? Wo ist das jetzt? Hä? Hä? Das ist ja seltsam. Skelett? Hä? Wo ist das Vieh hin? Hier sterbe ich. Tot. Keine Ahnung, was was war. Das ist nicht mehr da. Hm. Komisch. Sind das vielleicht die Pilze? Ich kann euch nicht sagen, was das war. Auf jeden Fall war das mega stark. Gamer. Sehr. Wie. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Schlamm. Boah. Nehme ich mit. Ja, auf jeden Fall. Äh. Äh. Ja, äh. Das brauche ich nicht. Ein Buch. Kann man immer gebrauchen. Das Maragd ist richtig geil. Ein Zaubertrank. Ja. Zaubertrank. Gold. Ja. Kann ich euch nicht sagen, was das für ein Vieh war. Wie gesagt, das war auf einmal dunkel geworden. Und dann habe ich nur noch gesehen, wie dieser Hexer. Keine Ahnung. Ultra starkes Vieh, Alter. Ul. Halt. Ne, ich muss hier doch lang, oder? Ne. Äh. Wo muss ich jetzt hin? Hier lang? Ne, dann komme ich da lang. Ich glaube hier lang. Ja, genau. Alter, was war denn das für ein Vieh, Alter? Boah, heftig, heftig, heftig. Das muss ich mir mal angucken. In Ruhe. Ich habe das ja aufgenommen. Was das für ein Vieh war. Ne, hier nicht. Hier. Ne, halt andere Richtung. Da lang. Genau, da lang. Boah. Ätzend. Aber wir haben erstmal über viel Leben verloren. Aber wir haben das dann auf die Fresse bekommen. Richtig heftig. Richtig heftig auf die Fresse bekommen. Mega. Boah. Wir müssen uns echt besser abcraften. Also was das für ein Vieh war. Keine Ahnung. Das ist immer ein Rätsel, Alter. Jetzt müssen wir erstmal hier... Erstmal... Trank der was? Trank der Nachtsicht. Okay. Warte mal. Uran. Das könnte man hier irgendwo reinpfeffern. Ähm... Diamant-Russe. Kann ich damit irgendwie was machen? Ne. Hä? Keine Ahnung. Vielleicht so eine Rüstung für so ein Pferd oder so. Keine Ahnung. Halt, das... Das brauchen wir. Das kann ich hier mal zum... Feuern geben. Noch irgendwas. Bogen. Einen Bogen. Brauche ich nicht. Einen Bogen. Kann ich wegwerfen. Diamanten. Also... Aber wir sind schon voll, Alter. Ich muss uns den ganzen Krempel erstmal wegkriegen. Hier. Alles voll. Ne. Halt. Hier unten. So. Und jetzt packen wir den erstmal hier. Knochen. Allemal. Können wir noch... Stöcke reinballern. Dranken... Ne. Die... Die nehme ich mit. Sie nehme ich mit. Die ist gut. Dranken können wir mit reinballern. Pfeile. Das hier. Ob sie haben. So. Wir müssen jetzt mal gucken, was wir hier frei rollen können. Halt. Boah. Glatter Stein. Halt. Das ist das Stein. Halt. So. Jetzt können wir erstmal hier ist voll. Das können wir in die andere Kiste räumen. Die war noch nicht voll. So. Boah. Ich müsste eigentlich... Müsste hier unten eigentlich mal frei rollen. Damit ich hier oben... Damit hier oben Platz... Ähm... Also... Alter. Alter. Also... Rohstofftechnisch sind wir bestens ausgestattet. Können wir sich... Können wir sich eine Smaragd-Rüstung machen? Weiß ich gar nicht. Geht das überhaupt nicht? Wir haben doch genug Smaragd. 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 Haben wir schon mehr? Eine Hose dürfte ja räuschen. Guck mal. Oh, jawoll. So, das geht ja richtig jetzt ab hier. Eine Smaragd. Gold. Was haben wir noch? Uran. Urinid. Smaragd. Saphira. Vielleicht kann man sich da auch eine Rüstung bauen. Weiß ich nicht. Ne, ein Helm. Haben wir einen Helm? Ne. Okay, das geht schon mal nicht. Hm, was ist das Urinid? Eisen haben wir auch noch raus. Eisen könnten wir hier oben reinpfeffern. Joa. Und dann können wir hier die ganzen Schnickel, die Schnackel, die Schnuckel. Wir bauen auch um. Ist Schlafenszeit? Ne. Wie sieht's aus? Ein bisschen sortieren. Ne, bauen wir nicht. Bogen. Ne, Steine. Packen mal, das ist Holz. Hier, Stein. Was ist das jetzt hier? Das ist Erde. Kommt zur Erde. So. 194. Das wird nicht reichen, sag ich dir. Boah, wie hoch. Was ich damit machen kann. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht als Brennmaterial oder so. Hm. Ich weiß auch nicht, was ich da mitmachen kann. Ich weiß echt nicht. Vielleicht irgendwo was wegschicken oder so. Oder irgendwie. Kann man das verfeuern? Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Boah. Ich hab fast tausend davon, Alter. Tausend. Boah. Alter, wie viel denn das? Ich hab doch kein Ende. Jetzt bin ich voll. Tausend zuhundertachtzig hab ich jetzt. Nice. Kann man die verfeuern oder was? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann ich damit? Null. Was kann ich denn mit Zucker holen? Wo eigentlich machen? Zucker. Toll. Ne. Hm. Außer Zucker. Nichts. Mal hier. Ja, ist noch mehr Zucker.